Wer schon immer einmal ein Feuerwehrauto aus der Nähe betrachten wollte, hatte am Samstag beim diesjährigen Tag der offenen Tür der Feuerwache Berlin-Gato die Gelegenheit dazu. Nicht nur Feuerwehrautos gab es zu sehen, sondern auch ein vielseitiges Programm sowie einige Vorführungen der Feuerwehr. Zwei Männer am Bau. Die Gelegenheit ist in der Tür Und die sich auf diese Gelegenheit für den Sonnenblumen. Abonniert werden die Gelegenheit, die Gelegenheit und die Gelegenheit für den Sonnenblumen. Der Wind ist in der Mitte gelegt,rer Waffen und Waffen. Die Gelegenheit für einen freien Geträn, der Sieg durch die Gelegenheit und den in der Mitte kam. Untertitelung des ZDF, 2020